Die Stimmung der Saite korrespondiert mit der Stimmung des Bieres. Ich verwende auch Elemente aus meiner Kultur, zum Beispiel die Kauchschnecke. Das sind die Vasenfrauen, die sind für mich das Urbild von Weiblichkeit. Sie sind Gebende und Nehmende. Ich experimentiere gerne. Meine Bilder sind eine Mischung von Musik, Mahai und Skulptur.